Ich bin gerade dabei die Hühner zu füttern und ich glaube ich habe ein Grunzen gehört. Der Hund hat auch gebellt. Mal gucken ob hier Wildschweine sind. Ich vermute mal die sind auf der anderen Seite vom Fluss. Wenn die hier sind, dann waren sie im Garten. Vielleicht irgendwo hier? Okay sie waren kürzlich hier. Zum Glück habe ich meinen Hund Jagen beigebracht. Kumba! Mal gucken ob er was findet. Schaut sich an hier überall und er weiß nicht was er jagen soll. Manchmal bellt er auch nur wegen Katzen. Hier gut. Hier waren richtig viele. Das waren bestimmt 6, 7, 8 Stück. Oh oh sie waren scheinbar auch im Garten. Hier ist Spargel. Und habt ihr gerade die Schüsse gehört? Also auf jeden Fall haben wir hier gerade eine Herde Wildschweine.